Hallo ihr Lieben, ich bin Christian, Herr Schumacher, Paartherapeut, Coach und alles mögliche in Deutschland, Erde, Milchstraße, diesmal wieder lokal mit Themen, Dating, Beziehung und Liebe, ja, ich wollte nochmal sagen, der Code ist draußen, der Liebeschip Extrem Code, Licht25 heißt der auf Liebeschip.de, 25% auf alles, außer Tiernahrung, haha, ja, alle Kurse rund um Dating, Liebe, Beziehung, Spiritualität und auch persönliche Sachen mit mir. Ja, heute mal wieder eine kleine mentale Anstrengung vielleicht, vielleicht hatte ich den Titel schon draufgebracht auf das Video und es geht um das Thema Dating und zwar, ja, würde ich dich bitten, mal ein Gedankenexperiment zu machen oder siehst vielleicht als einfach mal einen Satz, den wir sagen kannst, vielleicht sagst du, ist totaler Quatsch, aber es gibt viele Wahrheiten, keine Ahnung, aber vielleicht bewirkt er was in dir, nämlich der Satz, du verpasst keine Seele, die für dich vorgesehen ist als Beziehung, so. Was macht das mit dir versus vielleicht so ein Satz wie, ich muss suchen, ich muss suchen, ich muss suchen und wo sind sie alle und ich muss auf drei Börsen oder ich hätte gestern so eine Werbung gesehen irgendwo in Facebook für irgendeine Dating-App, wo die sagten, überlasst nichts dem Schicksal, wie wäre es denn mit, überlasst alles dem Schicksal. Jetzt könnte man natürlich denken, ja, wie soll das funktionieren, wie gesagt, ist auch nur ein Gedankenexperiment, ich glaube auch tatsächlich, solange man im Mangel hängt und im Zweifel und in, ja, ist alles nicht und ist alles ganz schlimm und ich muss ganz viel suchen, ist es glaube ich auch schwierig, aber vielleicht ist es ein guter Satz für dich, sich mal entspannt, auch vielleicht einfach mal für einen Monat nur, entspannt zurückzulehnen, zu sagen, hey, wollen wir mal gucken, was die da oben für mich vorgesehen haben oder was das Universum da im Säckel hat, weil ich habe ja an mir gearbeitet, ich habe mein Schwierungsniveau erhöht, ich habe andere Anziehungspunkte und, ja, wollen wir mal gucken, was da so im Säckel ist, weil das schafft natürlich ein ganz andere, wie soll ich mal sagen, ein ganz andere, auch wieder einen neuen Anziehungspunkt, wo du sozusagen mit Vertrauen an die Welt gehst, was meiner Ansicht nach einfach ganz andere Dinge manifestiert im Außen, als wenn du ständig in Sorge, Angst, Mangel, Denken bist auf fünf Datingbörsen und ich weiß nicht, war es so, ne. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, wie soll ich denn die Personen erkennen, aber auch dafür würde ich jetzt mal sagen, ja, hast du ja vielleicht, oder vielleicht auch nicht, hast du vielleicht an dir gearbeitet und, ja, hast einfach einen anderen Blick und weißt vielleicht auch, wenn jemand irgendwie nicht so toxisch daherkommt und hast vielleicht auch die Dating-Skills, wenn dann jemand wirklich, wo du das Gefühl hast, boah, das könnte echt sein, wo du das einfach abspulen kannst irgendwie, wo du, ja, einfach weißt, was du tust, weil du hast dich darauf vorbereitet, du hast geübt, du hast es trainiert und vielleicht läuft es dann mal ganz anders als so sonst, wo man sich so rumquält und sucht und läuft hinterher und also wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, das soll jetzt überhaupt nicht heißen, dieser Satz, dass man nicht sich vorbereiten sollte, nicht an sich arbeiten sollte, aber vielleicht macht das Suchen nicht so einen Sinn, ne, könnte ich mir irgendwie vorstellen. Vielleicht probierst du den Satz auch mal aus, wenn es nicht deine Wahrheit ist, wenn deine Wahrheit ist, ich fühle mich da wohl oder meine Intuition sagt mir, ich soll auf eine Börse gehen, also Partnerschaftsbörse oder auf Tinder oder schlag mich tot, weiß ich nicht. Ja, es ist auch vielleicht auch eine korrekte Wahrheit, ich weiß es nicht, probier's einfach mal aus, aber ja, das wäre vielleicht mal für diese sowieso die Zeit, wo es vielleicht gerade auch irgendwie sowieso nicht so einen Spaß macht zu daten, wo, ja, Lockdown geht weiter, Weihnachten ist ja eh eine Zeit der, oder Advent der Innerlichkeit, vielleicht ist eine gute Zeit, einfach mal nach innen zu gehen und zu sagen, ja, ich suche jetzt mal nicht mehr, ich lass mich jetzt finden, ich, ähm, drängel mal das Universum auch nicht so, ähm, aber ich bin guten Mutes. Also, nicht guten Mutes sein und warten ist glaube ich nicht so gut, weil das, wie gesagt, vom Manifestations- oder wie auch immer man das nennen soll, vom Anziehungsgesichtspunkt das ist glaube ich nicht gut, aber guten Mutes sein, äh, ich nenne das ja immer gerne die Dating-Schwangerschaft, also zu wissen, innerlich zu wissen, ja, da wird jemand kommen, ich bin quasi schon im übertragenen Sinne schwanger mit diesem Dating-Prozess, auch wenn er noch gar nicht da ist, äh, finde ich eine sehr, sehr starke, sehr kräftige innere Haltung und wir wissen ja inzwischen, innen zählt alles irgendwie. Ja, äh, ich weiß, war wahrscheinlich kompliziertes, schwieriges Video, vielleicht, keine Ahnung, wenn es mit dir resoniert hat, wunderbar, wenn nicht, auch nicht schlimm und genau, schauen wir mal in meine Kurse rein, 97% Zufriedenheit haben wir bei der letzten Umfrage. Vielleicht auch was für dich, vielleicht bringt es dich noch weiter, als nur die Videos zu gucken und wir werden es vorher sehen.